Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt zurück. Die SPD-Politikerin gab ihren Rückzug vom Amt am Montag in einer schriftlichen Erklärung bekannt. Sie habe Bundeskanzler Olaf Scholz um die Entlassung aus dem Amt gebeten, heißt es darin. Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu, heißt es in der Erklärung. Seit Freitagabend kursierten Medienberichte, dass Lambrecht abtreten wolle. Nach Reuters Informationen aus Regierungskreisen hatte sie diesen Entschluss bereits im vergangenen Jahr gefasst und mehrfach mit dem Kanzler darüber gesprochen. Sie stand seit Monaten in der Kritik für ihre Amtsführung. Scholz muss nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ernennen. Die SPD besitzt in ihrer Koalition mit Grünen und FDP die Spitze des Verteidigungsministeriums.